Wir haben gerade einen Sniper in der Tauern gespürt. Der Sniper. Das ging ja noch mal gut. Ähm, okay. Das hier sieht ein bisschen durcheinander und ein bisschen runtergekommen aus. Ich hoffe jetzt mal, die Atomrakete ist noch nicht da gewesen. Nee, blödsinn. Dann würden die Gebäude nicht mehr stehen. Meine Güte. Aber sag mal. Nein, verdammt. Richtig. Dafür brauche ich ja die da auf Maximum. Wie viel fehlten mir dafür eigentlich noch? 4.093, also noch 1.300 knapp. Nee, 1.300. Gut, versuche ich mal da hochzukommen. Da rüber. Ähm, warum eigentlich? Warte mal. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal bald flach. Ich will da rein, ja? Durch diese Tür. Dann mache ich das doch einfach. Ah, nein, mache ich nicht. Sie ist verschlossen. Ah, verdammt. Dann schleiche ich mal hier oben rum. Gibt es hier was Tolles? Oh, komm schon. Ich habe gehört, es gibt einen kleinen Trick. Äh, wenn man hier auf... Wo ist es denn? Nee, wie war das? Warte, warte. Man muss in irgendwelche Einstellungen reingehen. Spieloption, ja. Tatsache. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich hoffe, das ist dann, wenn ich lade, wieder weg. Das scheint mir jetzt wieder normal zu sein, ja? Oh mein Gott, was für ein Trick. Waffenmodifikat vor Präzision. Auch das hätte ich gerne auf meiner... Sniper. Geht aber nicht. Also Pistole. So, da habe ich doch jetzt mal einen schönen Überblick. Und gucke mich mal ein bisschen hier um. Ähm, da ist nichts. Da ist nur noch einer. Ich würde wetten, äh, Bob Page hat die Leute hier oben gebracht. Deswegen kriegen hier die Leiche noch ein bisschen ursprüngliche Mitarbeiter. Area 51. Willst du bitte einloggen? Danke. Sehr schön. So, gefällt mir das. Das ist leider nicht der Schadpfitz und Brechtschlange. Wenn ihr einfach alle Gegenstelle tausendmal findet. Okay, kein Hintereingang. Vier, Dietriche. Hier ist eine Satellite-Image des Dämonen des Missiles. Page ist wehkend, aber du musst trotzdem den Bunker penetrieren. Ich sehe, dass ich in Rehabilitation bin, JC. Everett ist richtig. Das Virus hat ein bisschen auf- und-off-Switch. Also, ich schaue, ich schaue wieder auf deinem Schulter. Waren da nicht irgendwo Kisten? Da hinten. Äh, gut, aber bis ich die großen Kisten davor geschoben habe, sind zwei Folgen rum. Ähm, gut, dann eben auf die Tour. Komm, für 75% wird es doch wohl reichen, oder, so eine Lähm? Ich meine, hallo, das ist eine Granate. Ja, klar. Läuft. Ja, da ist ja noch eine. Hm, da habe ich sie wieder. Ist ja nett. Noch eine. Nein! Ah, verdammt. Da! Hab ich jetzt den Bot von ausgeschaltet? Nee, da hinten ist er. Da unten ist ja noch ein Bot. Da. Hier ist eine Satellite-Immage des Dammes aus dem Messer. Der Page ist wehkened, aber du musst immer noch seinen Bunker penetrieren. Ich sehe, dass ich in Remission bin, JC. Everett ist richtig. Das Virus hat eine Art von Auf-Switch. Insofern, ich schaue wieder auf deinen Schultern. Ich schaue wieder. Ich schaue wieder. Ich schaue wieder. In Tracer Town geht es langsam wieder besser. Ah, ich komme da nicht dran von hier oben. Das ist ja ärgerlich. Ah, da ist eine Leiter. Oh, ich... Oh, cool. Glück gehabt. Okay, alles ausmachen und dann aufladen. Ich hätte ja noch die Geschwindigkeitserhöhung an die ganze Zeit. Vom Runterspringen vor ihm. Da, mein Sniper. Der hat bestimmt ein bisschen Munition für mich. Sehr schön. Genauso habe ich mir das gedacht. Und, äh, ich würde wetten, dass ich hier einen kleinen Vorteil kriege, wenn ich hier reinhacke und das Sicherheitssystem so ein bisschen ausschalte. Oder manipuliere oder wie auch immer. Alles tun, was ich tun kann. Tür, offen, natürlich. Aha, Schutztüre. Da will ich rein. Natürlich will ich da rein. Und ob ich da rein will. Autsch. Ahem. Zum Wiederholung. Nein. Zehn Sekunden. Nein. Wegen meiner eigenen Blödheit. Meine Güte. Sowas. Komm schon. Danke. Das ist aber selber verschuldet. Das ist selber dumm. Nein. Der bleibt stehen. Ah. Sag mal. Warum treffe ich gerade überhaupt nichts mehr? So. Jetzt aber. Wie viel Munition habe ich noch? Drei Raketen. Ah. Verdammt. Ich mag den Raketenwerfer doch so sehr. Hm. Na dann. Dann suche ich doch einfach mal weiter. Vielleicht gibt es eher ein paar Raketen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen sparsamer sein damit. Und nach Möglichkeit vielleicht auch Lamps sie benutzen. Du hast mich wieder einmal weiter. Oops. Wie dein eigenes Reflexion repeated in Hall of Mirrors. Das macht mich ein ugly son-of-a-bitch. Wie mein Gesicht wird all markiert mit Bioelectrics. Ich bin die größte Modelle, Denton. Es ist jetzt für dich. Ich brauche dich zu retten. Und zwar hätte ich gerne das da, das da und natürlich das da. Was zur Hölle? Oh Mann. Oh Mann, jetzt muss ich das ja alles nochmal machen. Meine Güte, ich bin aber auch blöd. Warum speichere ich nie? Ich speichere viel zu selten. Vor allem irgendwie in dieser Aufnahme. Also es ist halt so zwei, drei Folgen. Gut, dann mache ich das Ganze mal eben noch nach und dann hecke ich mich hier rein. Zack, zack, spring runter und dann speichere ich für euch Simon's. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist es schon wieder unverwundbar. Sowas finde ich hetzend. Oder ich muss halt einfach, ich weiß nicht, was ich... Oh Gott. So, jetzt. Ach, vergiss es. Geh weg. Zack, der geh weg. Zack, der geh weg. Oder fall runter, dann habe ich dich unten. Ja, fall runter. Nee. Das ist doch blöd. Jetzt hat mich der Bot abgebringt. Die Sau. War da nicht gerade noch ein Bot? Ich frage mich, ob ich diese Bots... Den da... Den kriege ich doch bestimmt auf den Erlähm, oder? Nein. Nein. Ja. Sehr gut. Zwei Lämms statt, äh, weiß nicht, drei Raketen oder so? Wo ist das? Man in Black. Man in Black. Ah, der von wieder. Und hier bin ich wieder. Wie du... Das kennen wir. Einmal speichern, bitte. Er ist hier. So, und wenn wir schon dabei sind... Zum Glück bin ich gerade ein bisschen angeschlagen. Das heißt, mein Heilungsimplantat wird erstmal eine Weile anbleiben. Wenn ich das gerne... Und dann würde ich doch tatsächlich gerne einfach abhauen. Tschüss. Was hat der... Woa! Was war das denn? Meine Güte, was war das denn schon wieder? Ich dachte, ich hätte die Regeneration an. Ach so, ja, die hat sich natürlich ausgestellt, ne, als ich... Ähm, Dingens und so. Also, als ich, äh, voll geheilt war. Also gut, dann speichere ich eben nochmal... Hehehe. Mit den ganzen Augmentations an. Hä? Was zur Hölle? Warum treffen die mich so gut? Kommt dann eben so. Es muss doch irgendwie gehen. Oder gibt es irgendwo einen Scharfschützen, der mich endlich abhauen lässt? Hä? Wodurch bin ich gerade gestorben? Wodurch bin ich da gerade gestorben die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Okay, dann versuche ich jetzt mal einen anderen Weg. Komm ich da irgendwie rein? Nein. Äh, das könnte gehen. Hier war das. Ah, ne, das wird nix. Simons, verzieh dich. Na gut. Da war doch ne Idee, ne? Die ich mal ausprobieren wollte. Ah, der hat ein Schutzschild, die Sau. Die Sau hat ein Schutzschild. Okay, dann speichere ich mal eben nochmal. Und dann versuche ich mal da reinzugehen. Mit Raketen. Ich sehe einige Soldaten, die weg von der Hanger. Beide auf. Ohhhh. Meine Güte, stelle ich mich gerade an. Was ist denn heute los? Ich sehe einige Soldaten, die weg von der Hanger. Beide auf. Oh, ich bin aber unsichtbar, bevor die mich hören. Hehehe. Was? Das reicht nicht für die. Jetzt aber. Oh, echt? Zwei Raketen? Oh, Simons schon wieder. Verzieh dich, Junge. Du bist unverwundbar. Ja, mit dir lege ich mich nicht an. Mach es einfach auf dich, Junge. Ich kämpfe nicht, wenn ich nicht gewinnen kann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich von oh gesagt? Äh, da will ich hin. Napalm. Hau ich nicht. Was gibt's hier? Äh, Lagerhäuser. Potenziale Sicherheitslücke. Ventilator. Okay. Wo ist der Ventilator? Ist nicht hier drin, oder? Habe ich da hinter? Oh, nee. Ich hätte einfach so reingekonnt. Menü. Das ist ärgerlich. Ich habe ihn. Ich habe ihn. 12. Wer? Die Leute, die Menschen schießen. Ich hatte die Impression, dass sie diese Facilität durchgeführt haben. Oh nein, ich habe sie gesehen, auf dem Boden. Ich habe sie gehört, aber ich habe wirklich nicht gedacht. Es ist mehr wahr, als du glaubst. Ich bin hier, um sie zu stoppen. Kannst du mir in den Bunker helfen? Du musst bist verrückt. Ich gehe nach ihrem Lied, Bob Page. Kannst du mir oder nicht? Ja, klar. Wenn du die Tür öffnest, ist der Terminale an der Kontrolltower. Das ist mehr so. Das habe ich ja schon getan. Hm. Verwaffnungsbonus. Sehr schön. Page. Äh, nee, nicht Page. Simons. Ich bin hier nochmal wieder weg. Ne? Ich finde das so ärgerlich, dass man den einfach nicht besiegen kann. Dass einem das Spiel hier den Gegner vorsetzt. Wow. Den man einfach nicht besiegen kann. Und dass man das auf die harte Tür rausfinden muss. Und dann aufgeschmissen ist, wenn man zufällig halt eben nicht vor fünf Sekunden gespeichert hat. So, hier war noch was, ne? Mit dem schwarzen LKW war irgendwas, oder? Warum kann ich den auswählen? Ich bin so ein bisschen out of, äh, Sprengung. Deswegen war das gerade nur ein Versuch. Gut, dann habe ich keine Ahnung, was ich mit dem schwarzen LKW machen kann. Kommando 24. Das klingt hier eine schlechte Fernsehserie. Schlüssel zum Tower. Ah. Ach was. Guck mal. Guck mal. Ich habe den Schlüssel für die Luke. Ups. Entschuldigung. Ich bin vollständig geheilt. Okay. Was gibt es hier? Fernglas. Brauch ich nicht. Müssen spielen. So. Ist da noch irgendwas? Ne, ne? Hinten dran? Nö. Okay. Guck, dann hätten wir hier 25%. Das müsste mit dem... Ja. Wie gesagt, das müsste mit dem Schwert gehen. Vier Dietricher, okay. Wobei, ey, was soll's. Vier Dietricher, bevor ich hier gefangen bin, nicht mit Rotten Simons bewegen muss. Ich frage es halt, wo kriege ich den Schlüssel vielleicht von dem da? Oh, ich habe 20 Multitools. Ah, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Nebeneingang sein, nehme ich an. Nein, hey, da geht's runter und da, da tue ich hier geht's auch runter. Hangar 18. Control. Ah, okay. Gut, dann gehe ich einfach hier rein. Was soll's. Wird schon passen. Wo ich der vier von meinen niedrigen ausgebe. All diese Blast-Doors are the reason I don't have to worry about Newt's. Or you. Aber diese Tür ist doch offen. Gleich. Oder? Oder habe ich die von der Tower aus geöffnet? Ist das die Tür? Ich weiß es gerade nicht. Nein. Damit kann ich nur eine Kamera ausschalten. Oh, ein Bot. Ein Bot weniger. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu lang. Ich wollte die eigentlich kürzer machen gerade. Deswegen speichere ich jetzt hier mal. Auch wenn es gerade spannend ist. Tut mir leid für den Cliffhanger. Danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal gucke ich mich da da drinnen um. Und da hinten. Ich höre... Spinnen. Zum Glück habe ich schon Sabot geladen. Genau. Danke. Und tschüss. Ich geh da jetzt. Hah. Ja.